Ich würde sagen, als nächstes ist das mehr Jungfrau-Gedöns dran. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich tatsächlich mal gespannt. Vielleicht kriegt ihr auch wieder so ein Thick-Ass, wie als Fechterin. Aber es ist mit dem Gesäß ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber es steht der Peach, muss man gestehen. Jetzt können wir ja noch ein bisschen rumalbern. Weil Yuna ist ja nicht da. Ich glaube, meine Kamera steht schief. Du bist ja auch wegen des Konzerts. Hier hast du so ein kleiner zum Konzert. Konzert wird ein tolles Erlebnis. Zum Konzert erlebt ihr den Star. Ich habe gehört, dass der Star auftritt. Wusstest du das? Die Fische freuen sich. Nichts mehr hin. Oh, lass mich raten. Ich habe da so ein ganz interessantes Gefühl, dass wir der Star sind. Danke, jetzt ist der Weg frei. Ah. Langsam und schwach. Wie schrecklich. Nur Mut, liebe Schildkröte. Ach, Sirenen. Oh wei, oh wei, oh wei. Zum Dank trägt dich die Schildkröte. Ah, das ist aber lieb. Da liegt noch eine Frucht im Meer. Das ist irgendwo das Refugium der Stars. Tatsächlich. Lässt man uns immer noch nicht rein? Vielleicht ist ja was passiert. Bitte noch etwas Geduld. Wo ist denn der Star? Oh nein. Habe ich ja noch gleich gedacht. Ohne Star kein Konzert. Wo könnte der Fuckeli nur sein? Ja, ich bringe ja schon einen. Monete. 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 Oh, ist das das Refugium. Ob das das Refugium der Stars ist? Natürlich. Ich bin. Du wurde ich. Die Stimme klingt wie die des Stars. Leider ist der Star spurlos verschwunden. Kannst du nicht einspringen? Na klar! Das Publikum wartet. Hilfst du uns? Ja, kann ich machen, aber ich will erst hier nochmal ein bisschen... Oh wei. Meio-Frau und Opa. Sind Sirenen nicht irgendwelche Wohlklänge, die Seefahrer auf Klippen schießen, um sie dann zu fressen oder so? Wie schön, dass ihr alle gekommen seid. Lasst uns ein... Lasst... Die bösen Lümmel, die krallen wir uns. Wir müssen das Konzert abbrechen. Das hätte so schön werden können, aber... Dieösen Lümmel, die in der Nähellen... Das ist ein... Untertitelung. BR 2018 Ich brauche jetzt ganz viele Fische. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Lass uns zusammen die anderen finden. Ja, das machen wir doch. 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 Den haben wir an der Wand zerquetscht. Ich will aber trotzdem nochmal nach oben. Das ist aber kein Meeresbewohner. Es hat geklappt, suchen wir dort weiter. Zu schwer. Dieser Lümmel. Okay, das ist cool. Wo habe ich denn jetzt schon wieder was vergessen? Waren alle schnell zurück zum Konzert. Das Publikum wartet auf uns. Machen wir. Eine Holzschildkröte. Eine Holzschildkröte. Die nette Schildkröte trägt uns zum Konzert. Oh, die ist aber lieb. Oh, die ist aber lieb. Toll, du hast es geschafft. Ja, klar. Jetzt kann das Konzert endlich beginnen. Halte Peke, drück und neige, um anschwemmende Fische mit ihnen zu singen. Ah, das erinnert mich so ein bisschen an Dingsbums. An Bayonetta, wo wir mit dieser Krötenprinzessin da auch gesungen haben. Ich finde, das hatte was. Ich hab den doch. Ich hab den doch. Vielen Dank. Okay. Das hinterfragen wir mal nicht. Ah, ein Mehrjongfrauenkleid. Oh, das ist ja okay. Aber ich bleib bei dem Rosenkleidchen. Das ist schick. Okay. Ich will mal ein bisschen den Rollladen hoch machen. Oh, das ist ja okay. Hier scheint das Spiel Spaß zu machen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, unerwartet ja. Aber das habe ich ja öfters gesagt. Das macht mir mehr Spaß, als es vielleicht sollte.